Das Haupt der Welt von Rebecca Gabli. Es liest Detlef Bierstedt. Teil 1 929 Brandenburg, Januar 929 »Gib deinen Sachsen heraus, Tugumir«, befahl Boliluth. »Heute ist er endlich fällig!« »Ich habe keine Ahnung, wo er ist«, erwiderte Tugumir und fuhr fort, Haselwurzblätter in einen Mörser zu zählen. Bei dieser Aufgabe war äußerste Sorgfalt geboten, wenn er nicht die gesamte Priesterschaft vergiften wollte. Und außerdem war es ihm lieber, seinen Bruder jetzt nicht anzuschauen. Boliluth kam einen Schritt näher in den Lichtkreis der beiden Öllampen, die das Halbdunkel des Tempels zurückdrängten. »Jetzt hab dich nicht so! Was kann dir ein blinder Sklave schon bedeuten?« »Gar nichts«, log Tugumir. Sorgsam verschloss er die tönerne Vorratsschale mit ihrem dicht sitzenden Holzdeckel und stellte sie neben seinem Schemel auf den Boden. Dann griff er nach dem Pistill und begann, die getrockneten Blätter im Mörser zu zerreiben. »Aber er darf diesen Tempel nicht betreten, wie du vermutlich weißt. Darum wirst du ihn kaum hier finden.« Sein älterer Bruder stieß die Luft durch die Nase aus. Es war ein Laut voller Hohn. »Wo du ihn auch versteckt haben magst, es wird dir nichts nützen. Er wurde für Jarowit ausgewählt, und auf die Art kann er sich endlich mal nützlich machen.« Tugumir arbeitete weiter. Die Blätter waren trocken, aber zäh und ledrig. Es war schwierig, sie zu dem feinen Pulver zu zerstoßen, das nötig war. »Lass mich das hier eben erledigen,« sagte er scheinbar gleichmütig. »Dann mache ich mich auf die Suche. Er kann uns schwerlich davonlaufen, nicht wahr? Keine Maus kommt aus dieser Burg heraus.« »Oder hinein,« fügte Boliloth hinzu. »Ich würde sagen, das bleibt abzuwarten,« entgegnete der Jüngere. »Was soll das heißen? Du willst doch nicht im Ernst behaupten, du hättest Angst vor diesen halb erfrorenen Strohköpfen da draußen.« Tugumir hob endlich den Kopf. »Geh hinaus auf den Wall und sieh sie dir an, Boliloth. Es sind Hunderte. Vor zwei Monaten sind sie hergekommen, und seit die Havel zugefroren ist, lagern sie auf dem verdammten Fluss. Sie schießen unsere Wachen vom Wehrgang und stecken unsere Palisaden in Brand. Seit sie da draußen liegen, ist kein Bote mehr durchgekommen, geschweige denn Proviant. Sie schlafen niemals, und sie scheinen immer noch genug zu essen zu haben, während wir hungern. Sie haben all ihre Nachbarn im Westen und Süden unterworfen, weil sie eben stärker sind und mehr Kriegsglück besitzen. Und jetzt haben sie ihren gierigen Blick nach Osten gerichtet und die Elbe überschritten, um uns ebenfalls zu unterwerfen. »Trotzdem machen sie mir keine Angst, denn auch wir sind stark. Aber wie steht es mit unserem Kriegsglück?« Boliloth betrachtete ihn voller Argwohnen, beinahe lauernd. »Ich verstehe nicht, was du meinst.« »Nein?« »Unser Kriegsglück wird zurückkehren, wenn wir Jarowit mit einem Opfer versöhnen. Das solltest du besser wissen als ich. Und das Los ist nun mal auf deinen Sachsen gefallen.« Tugumir nickte langsam. »Das ist es, was mir Sorgen macht. Wir stehen dem mächtigsten Feind gegenüber, mit dem wir es je zu tun hatten. Und alles, was wir Jarowit für seinen Beistand bieten, ist ein blinder Sklave?« Boliloth zuckte unbekümmert die Achseln. »Du meinst, ein Fürstensohn und Tempelpriester würde den Göttern eher zusagen?« »Nur zu, Bruder, Freiwillige vor. Ich würde dir bestimmt keine Träne nachweinen. Und davon abgesehen...« Ein kunstvoll geschnitzter Eschestock landet unsanft auf Boliloths Schulter. »Was sind das für frevlerische Reden?« schallt eine altersraue Stimme. »Wann wirst du lernen, den Göttern Respekt zu erweisen, du junger Taugenichts?« Tugumir erhob sich von seinem Schemel und die ungleichen Brüder verneigten sich. »Vergib mir noch dies eine Mal, Shedrak«, bat Boliloth augenzwinkernd und klopfte seinem Bruder juvial auf den Rücken, um zu vertuschen, dass das plötzliche Auftauchen des hohen Priesters ihn einschüchterte. Boliloth war 26, acht Jahre älter als Tugumir, hatte einen Sohn von seiner Frau, mindestens fünf von seinen Sklavinnen und die Götter allein mochten wissen, wie viele Töchter. Er war ein wilder Geselle und großer Krieger und wartete mit unzureichend verholener Ungeduld darauf, dass ihr Vater endlich starb und den Fürstenthron für ihn räumte. Aber vor dem hohen Priester fürchtete er sich. Das amüsierte Tugumir ebenso, wie es ihn mit Befriedigung erfüllte. Seit jeher war es Tradition in ihrer Familie, dass der jüngere Sohn Priester im Tempel des mächtigen Jarovit wurde. Diese Rolle war Tugumir zugefallen, und manchmal bewahrte die Würde, die damit einherging, ihn vor Boliloths brüderlichen Heimsuchungen. Das Los bestimmen die Götter, belehrte Shedrak sie streng. Sie suchen sich ihr Opfer selber aus, und wir werden ihre Ratschlüsse nicht in Zweifel ziehen, ist das klar? »Gewiss, Shedrak«, antwortete Boliloth. Es klang geradezu kleinlaut. Tugumir nickte schweigend. Wie allen jungen Priestern war es ihm während des letzten Jahres seiner Ausbildung verboten, das Wort an den hohe Priester zu richten. Denn der Schüler musste das Gefäß werden, in welches der Meister alles Wissen, alle Zaubersprüche und Geschichten eingab, die auf diese Weise von einer Generation an die nächste überliefert wurden. Erst wenn der Schüler alle Fragen gestellt, all seine Zweifel und seine Unrast hinter sich gelassen hatte, durfte er sein Jahr des Schweigens beginnen, und nicht viele waren mit so jungen Jahren wie Tugumir dafür bereit. Sein Vater hatte einen Bullen geschlachtet und ein Fest zu Tugumirs Ehren gegeben, als Shedrak ihm mitgeteilt hatte, der junge Mann sei soweit. Und Boliloth hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Bruder einen Ledersack über den Kopf zu ziehen und ihn in die Kellergrube unter der Halle zu sperren, als alle zu betrunken waren, um es zu merken. Denn Boliloth schätzte es nicht sonderlich, wenn nicht er derjenige war, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. »Also dann!« Der hohe Priester vollführte eine ungeduldige Geste mit seinem Stock. Er war ein uralter, nahezu zahnloser Mann, auf dessen Haupt kein einziges Haar mehr wuchs, dafür aber üppige Büschel in den Ohren. Er wirkte runzlig und geschrumpft wie eine Dörpflaume. Dieser offensichtliche körperliche Verfall tat seiner Würde aber seltsamerweise keinen Abbruch. Tugumir hatte lange darüber nachgedacht, warum das so war, und war zu dem Schluss gekommen, es müsse an den Augen liegen. Diese waren dunkel und wirkten so scharf wie eh und je. Sie waren wie Spiegel der großen Weisheit und Willensstärke des hohen Priesters. Und wie üblich war ihr Blick auch jetzt unerbittlich, als Shedrak Tugumir aufforderte, »Geh, hol den blinden Sklaven und übergib ihn den Männern deines Bruders. Es gibt noch viel zu tun vor der Zeremonie. Also spute dich und komm schnell zurück, damit ich nicht glauben muss, du wolltest dich vor deinen Pflichten drücken.« Tugumir ahnte, wo er das vermutlich noch ahnungslose Opfer finden würde. Er verließ den Tempel und überquerte den Innenhof der oberen Burg. Der Schnee lag fast eine Elle hoch, aber die vielen Menschen, die hier lebten, hatten Wege hindurchgebahnt. Wohnhütten und Speicherhäuser standen dicht an dicht, zogen sich in einem weiten Rund den Wall entlang und ihre flachen Dächer bildeten den Wehrgang. Oben an der Brustwehr standen die Krieger seines Vaters aufgereiht, Pfeile und Bögen griffbereit. Schweigend blickten sie auf die Havel hinab und behielten die Belagerer im Auge, die sich heute indes ruhig zu verhalten schienen. Die übrigen Bewohner hatten sich in die Halle oder die umliegenden Holzhäuschen verkrochen, nahm Tugumir an, denn seit es am Morgen aufgehört hatte zu schneien, war es merklich kälter geworden, und ein schneidender Wind fegte über den Burghügel. Aus dem Speicherhaus zur Linken kam eine alte Sklavin, einen Tonteller mit einem Stapel getrockneter Brotfladen in der Hand. Sie hatte sich in ein abgeschabtes Fell gewickelt, stemmte sich gegen den eisigen Ostwind und lief, so schnell sie konnte, denn vermutlich schmerzten ihr die bloßen Füße von der Kälte. Tugumir folgte ihr wesentlich langsamer zur großen Halle, die dem Tempel genau gegenüber auf der Ostseite des Burghofs stand. Er ertappte sich dabei, dass seine Schritte immer schleppender wurden. So sehr graute ihm vor dem, was er tun musste, dass er ein unangenehmes Ziehen hinter dem Brustbein verspürte. Was bei allen Göttern soll ich zu ihm sagen? Der große Hauptraum der Halle, der zwanzig Schritt lang und etwa halb so breit war, wurde von den beiden langen Tischen beherrscht, an denen die Bewohner die Mahlzeiten einnahmen. Auch hier war es still. Zwei dienstfreie Wachen hatten sich nahe der Wand in ihre Fellmäntel gewickelt, auf den sandbedeckten Dielenboden gelegt und schliefen. Am prasselnden Feuer gleich hinter den Plätzen der Fürstenfamilie entdeckte Tugumir seine Schwester am Webstuhl und zu ihren Füßen seinen blinden Freund. »Dragomira, weißt du, wo Vater ist?« Sie sah von ihrer Arbeit auf. »Er ist in die Vorburg hinuntergegangen, um mit den Leuten dort zu reden. Sie fürchten sich. Der Schmied sagt, die Vorburg fällt immer zuerst.« »Da hat er recht«, fuhr es Tugumir durch den Kopf. Er setzte sich neben sie auf die schmale Bank mit dem Rücken zum Webstuhl. »Der Schmied sollte gut auf seine Zunge Acht geben«, bemerkte er. »Wenn er unseren Fall herbeiredet, könnte Vater sich entschließen, ihn von ihr zu befreien. Zweifellos der klügste Weg, um unbequemen Wahrheiten zu begegnen,« murmelte Anno, der blinde Sklave vor sich hin, der mit angewinkelten Beinen am Boden saß, den linken Arm um die Knie gelegt. Tugumir tauschte ein verstohlenes, schuldbewusstes Lächeln mit seiner Schwester. Dragomira mochte den unverschämten Sachsen genauso gern wie er, und seit Tugumir das Gefäß des hohen Priesters geworden war und nahezu all seine Zeit im Tempel zubrachte, sah man Anno ständig an Dragomiras Seite. Es machte nichts, man konnte sie bedenkenlos mit ihm allein lassen, denn das Augenlicht war nicht das Einzige, was Bolilut Anno genommen hatte. Der Sachse war ein Krieger gewesen, und sein verdammter König Heinrich, derselbe König Heinrich, der jetzt seit zwei Monaten draußen vor der Burg kampierte und versuchte, sie einzunehmen, hatte Anno als Spion hergeschickt, um alles über Tugumirs Vater, seine Krieger und das Volk der Hefela auszukundschaften. Aber Bolilut hatte ihn erwischt und teuer bezahlen lassen, denn nichts anderes verstanden diese sächsischen Hunde. All das war lange her. Tugumir war in seinem zehnten Sommer gewesen, Dragomira im sechsten, und ihre Mutter war kurz zuvor gestorben. Obwohl der Verlust ihrer Herzen bitter gemacht hatte, und obwohl Tugumir und Dragomira natürlich alle Sachsen hassten, hatte ausgerechnet Anno, der wundersamerweise ihre Sprache verstand, ihnen Trost zu spenden vermocht. Tugumir sah auf ihn hinab und zwang sich zu sagen, »Eigentlich war ich auf der Suche nach dir.« Der Sklave wandte ihm das Gesicht zu. Er trug Dragomira zuliebe immer eine Stoffbinde über den grässlich vernarbten Augenhöhlen. »Tatsächlich? Und wieso habe ich das Gefühl, dass die Ehre deiner Aufmerksamkeit mir wenig Freude bereiten wird?« Tugumir biss sich auf die Unterlippe. Anno hörte einfach alles, was er nicht sehen konnte. »Wie kommst du darauf?« fragte der junge Priester, um Zeit zu gewinnen. »Weil deine Stimme nicht mehr so gebebt hat seit dem Tag vor zwei Jahren, als dein Vater sich in den Kopf gesetzt hatte, deine Schwester mit einem Obodriten-Prinzen zu verheiraten.« Dragomira schnaubte angewidert. Die Obodriten waren die Todfeinde der Hefela. Doch zum Glück war die versöhnliche Anwandlung ihres Vaters, der sie beinahe geopfert worden wäre, die alle verstört und Bolilud an den Rand der Rebellion getrieben hatte, schnell vorübergegangen. »Darum nehme ich an, es handelt sich um etwas Unerfreuliches«, schloss Anno. Tugumir schluckte, sein Mund war ganz trocken. »Ja, dann raus damit.« »Ich glaube, ich würde lieber allein mit dir darüber sprechen.« »Unter zwei Augen sozusagen«, murmelte der Sachse vor sich hin. Dann dachte er einen Moment nach und schüttelte schließlich den Kopf. »Tugumir, ich weiß, dass ihr eure Frauen nur unwesentlich besser behandelt als eure Sklaven und eure Gäule weitaus mehr liebt als sie, aber sogar du solltest einsehen, dass es deiner Schwester auffallen wird, wenn ich plötzlich verschwunden bin.« »Was?« fragte Dragomira entgeistert. »Wovon redest du?« »Tugumir?« hakte Anno nach, seine Stimme mit einem Mal scharf. Der junge Priester nahm sich zusammen. Einen Augenblick zögerte er, dann legte er dem Blinden die Hand auf die Schulter. »Ja, es ist wahr, Anno. Jarovid verlangt ein Opfer, und das Los ist auf dich gefallen. Es tut mir leid.« Dragomira stieß einen kleinen Schreckenslaut aus und sah zu ihm. »Kön november« »Git Unverschämt – «Badunber jut in På Itas. » under Guillem Parry » » » «I'm so, ich bin zwar ein Bond kam. » »